Rauskommen. Wir wissen, dass Sie da sind. Ja, der kriegt sich immer mal da. Wer sind Sie? Mein Name ist Arish und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Warum sind Sie zurückgekommen? Ich habe die Södener angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder in Stand. Ich werde herausfinden, was Sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Tätin wieder in Betrieb. Nix. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlagen benutzt? Sie machen dasselbe mit neuen Kindern? Wurde Ihnen das nicht auch aufgezogen? Einige wurden von armen Familien auf der Erde gekauft. Oder aus den Kolonien entführt. Die meisten kamen auf dem gleichen Weg hierher wie ich. Vatarianische Piraten. Sie haben uns schreckliche Dinge anbetan. Dafür müssen Sie gute Gründe gehabt haben. Kein Grund ist gut genug. Sind Sie verrückt? Sie haben es doch durchlebt. Dieser Ort war das reinste Gefängnis. Wie sind Sie rausgekommen? Als Sie uns eines Tages zum Labor brachten, haben wir alle gleichzeitig angegriffen. Sie hätten uns besiegt, aber dann ist Jack freigekommen. Als ich wieder zu mir kam, war alles vorbei. Alle Wachen, Wissenschaftler und Kinder waren tot. Und Sie waren fort. Ich habe das alles gestoppt. Vielleicht wäre es den anderen leider schlecht, aber was Sie tun, ist einfach nur krank. Alles was wir durchgemacht haben, muss doch irgendeinen Sinn bekommen. Wir können das alles sprengen, aber was wird aus Ihnen? Was machen wir mit einer zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie es. Jack, er ist in seiner Vergangenheit gefangen. Sie müssen sich von der Bieren lösen. Er will die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Er muss sterben. Er ist verrückt und wird diese Anlage nie in Betrieb nehmen. Sie müssen endlich loslassen. Ihre Vergangenheit muss nicht die Kontrolle über Sie haben. Scheiße! Erschwinden Sie von hier. Los! Hier ist es nicht wert, dass man ihn nachjagt. Nichts hier ist das wert. Sie haben das Richtige getan, Jack. Mag sein. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien. Hat aber nie was behalten. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. Sehen Sie die Spuren an der Warte? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Ganz genau. Ich bin ja auch Sorge. Scheiß ging weg. Boah, was ist denn da noch so? Ohohoho! Ohohohoho! Ich pack es gerade so weh, ja. Gut. Zumindest ist es auch erledigt. Gut. Schön.